Andras Fritjasi, Regisseur der deutschen Aufführungen. Warum ist es wichtig, auch deutsche Aufführungen zu halten? Ich würde gerne die Frage umkehren. Warum ist es wichtig, auch Ungarisch zu spielen? Grundsätzlich ist das doch ein Passionsspiel aus Budaersch, aus Budaersch, ein schwäbisches Spiel. Und ich denke, die natürliche Umgebung von diesem Spiel ist eigentlich die deutsche Sprache. Welche Probleme hatten Sie, die Rollen auszugeben? Bei der Rollenbesetzung ist es immer so, dass man daran denken muss, die meisten Kollegen sollten sowohl deutsch als auch ungarisch die Rolle spielen können. Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass sie auch Schauspieler das Talent zeigen. Es ist also nicht einfach, eine richtige Besetzung zu finden. Aber ich denke, heuer ist es uns sehr gut gelungen, eine gute Besetzung auf die Beine zu stellen. Der Hauptdarsteller ist ohne Frage Jesus. Wer spielt Jesus Christus? In der deutschen Version spielt Balint Meran Jesus. Ich freue mich deshalb, weil ich den Kollegen vom Anfang seiner Laufbahn ankenne. Ich habe sehr viel mit ihm zusammengearbeitet. Und das wird auch in seiner Laufbahn irgendeine Art Krönung der bisherigen werden. Und ich denke, er macht sich auch sehr vernünftige Gedanken zu der Rolle. Und wir arbeiten mit großer Freude daran, auch heutige Inhalte zeigen zu können, auch heute gültige, wichtige Fragen zu beantworten und mit dieser Materie so umzugehen, dass es im Publikum auch etwas Neues gibt. Und ganz konkret denke ich daran, dass wir vermitteln möchten, dass nicht nur das Böse unter uns ständig präsent ist. In jeder Gesellschaft, wo man Gespräche führt, bist du automatisch in fünf Minuten bei irgendeinem Thema, was ist passiert und das ist nur Schlechtes. Und dass der Böse irgendwie ständig präsent ist. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch daran zu denken, dass Jesus uns gesagt hat, ich bleibe unter euch bis Ende der Welt. Er ist also unter uns und diesen Gedanken möchte ich mit meiner Version vermitteln. Gibt es Änderungen in diesem Jahr? Ich denke an neue Szenen zum Beispiel. Ja, was ich gerade gesagt habe, ist eine neue Szene, die Auferstehung. Außerdem, es gibt auch beim Vorspiel große Änderungen. Grundsätzlich gibt es nicht mehr den Herrn Lehrer Bato in der Vorstellung. Also wir brauchen keine Narration, sondern wir spielen die Geschichte. Es wird nicht erzählt, sondern gezeigt. Ich persönlich wünsche dir noch viel mehr Änderungen. Ich persönlich wünsche dir noch viel mehr Änderungen. Ich denke, dass ein Passionsspiel in Europa, wie es auch bei den anderen Spielorten üblich ist, immer wieder sich erneuern muss. Man soll immer wieder neue Szenen reinbringen. Man muss immer wieder neue Gedanken oder Fragezeichen stellen, damit das Publikum nicht nur den Abend genießt, sondern auch nachher Möglichkeit hat, quasi auch Zwang verspürt, darüber zu sprechen. Wann werden die deutschen Aufführungen stattfinden? Am 2. Juni und am 9. Juni, das sind zwei Samstagabende. Ich kenne sehr viele Passionsspielorte und Passionsspiele in Europa. Und ich denke, dieses Passionsspiel in Budaersch hat eine ganz gewaltige Spezialität. Nämlich dieser Steinberg, wo wir jetzt oben stehen, ist eine einmalige Kulisse, Naturkulisse. Und ich habe die Erfahrung gemacht, egal welcher Kollege die Rolle von Jesus spielt, er wird nicht nur von der Rolle, sondern von dieser Naturumgebung auch so angetan, dass er einfach anders über die Welt denkt und dass er durch irgendwelche Wunder auch immer wieder in die Lage versetzt wird, die Rolle von Jesus gültig zu spielen. Das ist passiert mit Kovac Feri, das wird jetzt passieren mit dem Herrn Pfarrer in der ungarischen Version, auch mit Aron Öse. Und das steht jetzt auch Balin bevor. Der Balin Meran hat vor drei Jahren die Rolle von Judas gespielt. Daher ist es sehr interessant, dass er jetzt nun als Jesus auf der Bühne steht.